So, Shop-Update. Ah ne, wie fangen wir zum Abend an? Wer ist das? Ok, jo. Ach, der ist auch wieder drin. So. So. Klar. Äh, dann haben wir Schlachtenstäbchen. Der Shop fühlt sich irgendwie so aufgeräumt an. So wirklich gut. Ich mag das irgendwie. Ich finde es sogar viel besser als das wir sonst immer hatten. So dann, Louis Hamilton. Die Gegenstände sind reaktiv auf Geschwindigkeit. Zünde die Spitzhacke bestplatzierte aus. Der Haltung am Rückenaccessoire, wenn du beides ausgerüstet hast. Okay. Also ich kenne den ja nur von Formel 1. Ja, naja, ich weiß nicht. Äh, naja, ich weiß nicht. Also ich bin so gemischt. Andererseits finde ich es eigentlich nicht schlecht. Auf der anderen Seite, hm. Nicht unbedingt. Ist das der Hund von dem? Sieht aber ein bisschen komisch aus. Sieht wirklich ein bisschen komisch aus. Staatstermin. Weiß nicht, also zwei Skins, wo du den Helm auch abziehen kannst, hm. Ist das ein Schwert? Ist das das Schwert von dem? Oh, das Schwert sieht nice aus. Man muss schon sagen, das sieht schon nice aus. Ähm. Da gibt es noch. Hollerdonut. Donut. Ja, moin. Was ist das denn? Ein Emote. Ja, moin. Windkanalserver. Ja. Ja. Ja, ich sag mal, ist nicht schlecht. Eine Lackierung hat da auch Rennflare. Aber die hätte nur noch reaktiv machen können. Was haben wir noch? Battle Pass. Ja. 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 Okay.